also die sehne ist verdammt gut also für das geld vor allem ja weil ich habe die sehnen woanders immer gekauft seit jahrzehnten die waren immer ein bisschen teurer also doppelt so viel teuer jetzt habe ich das bei amazon gekauft man riskiert und ich sehe also keinen unterschied zwischen einem original was mit dabei war am anfang und wo ich später auch von redback welche gekauft habe also das ist genauso gut schießt genauso gut von der stärke hier beim schießen ist es genauso gut ja und also ich will das teil wirklich empfehlen also da ist nichts schwächer und das beim schießen zum beispiel 80 lbs und das stimmt auch ich habe mit dem original drei bretter durchgeschossen ja also dünne bretter und mit dem teil hier mit dieser sehne genauso viele also da habe ich keinen unterschied bemerkt ich würde das kaufen ich werde in zukunft bei diesem händler bestellen solange diese hände existierten verkauft werde ich nur noch bei ihm bestellen ich habe mal wieder vier stück jetzt bestellt als ersatz ja und finde ich super also sehr sehr gut verarbeitet perfekt und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017